Hallo meine Liebchen! Heute geht es endlich weiter mit unserem großartigen Style Battle zwischen mir und Miss Elch. Und diesmal ist das Thema ganz aktuell, noch zum Glück, nämlich Frühling. Weil Frühling ist ganz toll und endlich ist der Winter vorbei und es wird endlich wärmer und alles blüht und die Vögel kommen wieder und die Häschen hoppeln und ja, auf jeden Fall alles wunderschön und deswegen ist unser Thema Frühling. Und ich habe mir ganz doll überlegt, was ich an Frühling am liebsten mag und abgesehen davon, dass ich Frühling sowieso großartig und toll und total super finde, ist mir eingefallen, dass ich am schönsten Frühling immer die Kirschblüten finde, die ganz toll rosa und blauschig aussehen. Und deswegen ist jetzt mein Make-up, das ich mache, Kirschblüten inspiriert. Dann mal los. Den Anfang macht bei mir gelb. Ein wunderschönes, helles, sonniges gelb. Und ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, hä, gelb, Kirschblüten, hä, passt gar nicht zusammen. Ähm, ja, mal gucken, ne? So, wie ihr seht, habe ich jetzt, ähm, hier in der inneren Hälfte des Lids, sowohl unten als auch oben, ähm, gelb aufgetragen. Und jetzt kommt natürlich die Farbe, die man bei Kirschblüten am ehesten erwartet, und zwar rosa. Hier, seht ihr das? Das ist ein Pigment von Ponyhütchen, einer niedlichen Schweizer Kosmetikdame. Und zu den Pigmenten werde ich später noch was in meinem Blog und so erzählt, aber den hier möchte ich unbedingt für mein Make-up verwenden. Und das ist so ein süßes Korallenrosa. Aber kein, kein pinkstechiges Rosa, sondern so ein rotstechiges Rosa. So sieht das Ganze bisher aus. Und jetzt möchte ich im äußersten Augenwinkel eine etwas dunklere Farbe benutzen. So eine betonende Augen. Und dafür nehme ich von diesem Eyeshadow Duo von Manhattan die obere Farbe. Es ist so ein Bordeauxrot. Und der kommt ganz leicht in den äußeren Augenwinkeln. Ähm, ja, da ich schwarzen Eyeliner zu krass finden würde für diesen Look, benutze ich stattdessen einen dunkelbraunen Kajalstift. Und nix. Und, ähm, ja, man sollte aufpassen, dass er recht gut angespitzt ist. Sonst sieht das Ganze doof aus. Und dann endlich wir alle noch ein. Ja, im inneren Augenwinkel möchte ich ein bisschen mehr Glanz haben. Und deswegen benutze ich diesen H2O Eyeshadow von P2, den es schon längst nicht mehr gibt. Aber ich glaube jeder Perlmutt mäßige Goldgliedschatten gibt dafür. Und den trage ich im inneren Augenwinkel auf. Als nächstes werde ich meine Wimpern tuschen. Und mit, ähm, diesen Wimpern dann verschönern. So strähnige Wimpern sind das. Das passt zu so einem süßen Frühlingsel. Kling, Wimpern getuscht. Und Kling, sind die Wimpern geklebt. Und jetzt kommen wir natürlich zu etwas, was bei einem Kirschblüten-Wempern nicht fehlen darf. Und zwar die Kirschblüten. Ähm, und die mache ich jetzt mit diesem Metallic Eyeliner von Essence. Was man nicht lesen kann. Aber, das steht ja alles in der Beschreibung. Und das ist auf jeden Fall ein rosa Metallic Eyeliner. Damit zeichne ich einzelne Blütenblätter. Wie sehen sie, sind sie bisher noch recht wenig. Deswegen mache ich erstmal noch ein paar davon. Und dann sehen wir weiter. Und dann sehen wir weiter. Wie man es mehr erkennt, nehme ich diesen Metal Glam Eyeliner von Essence. Und das ist ein etwas knalligeres Pink. Und das kommt außen an die Blütenblätter an. Und dann sehen wir weiter. Und dann sehen wir weiter. Und dann sehen wir weiter. Als nächstes kommt mit einem goldenen Glitter Eyeliner die Mitte von den Blumen. Hier bringt uns die Blumen. Fertig sind meine Blümchen. Als letztes, äh vorletztes, kommt statt rubisch dieser Lidschatten von P2. Er ist so ganz hell rosa mit goldenem Schimmer und eignet sich super als Lush und Highlighter. Deswegen benutze ich ihn. Zum Schluss ein Lippenstift. Und zwar von Réveline. Der hier. Der Intense Pink. Und da sieht er. Das hat normal aus. Ein ziemlich sanftes Rosa. Obwohl es Intense Pink hat. Zu guter Letzt, ähm, eine Liefenblume ist da. Und fertig ist mein, ähm, ähm, Frühlingsmakeup. Ähm, ich hoffe, man erkennt nachher auf den Fotos die Blümchen etwas besser. Und ihr müsst euch nicht hier wundern, äh, was sind eigentlich die blöden Blumen? Sie hat Blumen versprochen. Eigentlich sieht man sie jetzt schon viel besser, aber meine Kamera will irgendwie nicht. Naja, ihr solltet jetzt auf jeden Fall voten, ob er dieses Styling besser findet oder das von was Miss Ellich gezaubert hat. Und, ja, votet in unseren Blogs. Ähm, und überlegt euch eigene Frühlingstyles. Ich hab heute irgendwie Gehirnverstopfung, keine Ahnung wieso. Ähm, überlegt euch eigene Frühlingstyles und postet sie auch in unseren beiden Blogs unter die Einträge zu unseren Stylings. Ähm, natürlich solltet ihr in eurem Beitrag uns verlinken. Das wäre ganz nett. Ihr dürft auch Videoantworten posten. Das wäre auch ganz toll. Und wir freuen uns auf alle Einsendungen und auf alle Votes. Vielen Dank. Ciao. Ciao.